was geht leute und willkommen zur fünften aufnahme let's play warframe wie immer zusammen mit dem carsten beziehungsweise frost tech ja wir werden die nächste beziehungsweise nicht die nächste wir werden die eine mission wiederholen die wir in der letzten folge so derb verkackt haben weil sie unglaublich schwerer also ich muss sagen da war ich echt war übel definitiv und zwar war es im mercur system die letzte mission tolstoy oder wie der tollstoy oder wie man es nennen toll 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 und danach gibt es noch eine gesperrte mission namens apollo dorus ja wie auch immer die werden dann eventuell später spielen wenn die freigeschaltet wird oder irgendwann anders direkt danach ja weil das ist die vorletzte mission jetzt und danach kommt die letzte mission also bei mir ist die noch gesperrt bei dir wahrscheinlich auch ne bei dir ist die apollo dorus nicht gesperrt bei mir schon stufe 5 bis 15 aber wahrscheinlich bin ich noch nicht stufe 5 also ich bin ich bin jetzt ich bin jetzt stufe 10 lol wo sieht man seine stufe indem du auf arsenal klicks und dann siehst du excalibur oder bei dir ist das wie heißen nein warfragen sieben da steht das loki genau und bei mir steht dran 10 ja ich bin an 7 also nur von rang stufe 5 bis 15 hätte da müsste ich sein spielen können wir nicht eigentlich ja naja machen wir erstmal tollstoy und dann sehen wir weiter alles klar so und müssen halt ein bisschen offline zocken also hier ohne aufnehmen und das mich ein bisschen hochleveln hier mich ein bisschen besser machen gut ich wurde eingeladen von einem unbekannten und man hat immer gesagt ich soll nicht zu unbekannten in squad gehen dann klicke ich mal drauf damit es direkt startet hier auf tollstoy genau so habe ich das in erinnerung ich liege am boden und sterbe bei mir ist es genau andersherum ich liege am boden und sterbe das wollen wir ja verhindern ja diesmal aber diesmal ist es ja auch nicht so schwer hoffentlich ich bitte zu Gott so da kommt unser raumschiff mit über lichtgeschwindigkeit und wir fallen wie immer aus einem lüftungsschacht oh das sieht mal ganz anders aus alter wie geil ist das denn was da so komischen schaal an genau den habe ich mir den habe ich mir für 50 der ist ein bisschen buggy grad für 50 credits gekauft also die du mit echtgeld kaufen muss die credits die hast du auch bekommen übrigens kriegt jeder der anfängt mit warframe kostenlos mal gucken ob ich mir auch ein schal kaufen mir ist nämlich gerade nicht kalt so oder sieht frosty hier aus siehst du hätte mir doch besser ein schal angezogen was hätte ich mir doch besser ein schal angezogen habe ich gesagt als wenn ich es geahnt hätte so wo lang gehen wir erstmal hier lang also ich bin jetzt echt mega vorsichtig ne zwei doof ein gedanke ähm da unten ist auch was ich geh mal kurz hier unten gucken ja ich folg dir mal ganz unauffällig ja da hast du einen gegner ne ich kann mich nicht mehr so wirklich erinnern was wir hier machen mussten aber das war die zweite mission ne deswegen ja hm oh hier oben ist auch noch was ah ich sehe es ja erfahrungspunkte da oben ist auch noch was oh ja da kommt aber Giftgas raus oder sowas ne sieht so aus ne ne ist aber nicht schädlich nein meine erfahrungskugel ist weg ist ja ohne gefallen naja egal ähm wir müssen äh hier lang ne ja da ne durch oh da ist einer was war da? äh meine erfahrungskugel lag auf einmal auf der treppe nicht schlecht oh da ist einer da ist einer links ich sehe keinen ah doch da oh 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 ja hm können wir den irgendwie lautlos eliminieren schuss versuchen wir es mal ich lauf mal ein bisschen weiter damit er mich nicht entdeckt da oh da läuft noch einer unten auf dem gang aber oh oh alter schwede jetzt sind sie auf einmal überall spawns jetzt hier oder was der eine oh kacke oh wie viele sind da bitte mal gucken ob wir einfach so weiter kommen ich würde es ja schon gerne einfach nie da metzeln aber das endet bei uns immer in irgendeinem blut was erzählt er da wieder für den schwachsinn da unten sind zwei gegner hm machen wir ich glaube wenn wir die da unten angreifen werden die da oben hier runter stürmen genau aber ich mein angriff ist immer noch die beste verteidigung man könnte jetzt schön wenn ich hier runter springen kann oh den kriegst du pass auf den kriegst du oh shit get ready for a fight ja haha dumm gelaufen jup das passiert wenn ich versuche mich irgendwo anzuschleichen ich dachte ich kann an der wand entlang laufen hinter dem okay ich mach hier mal die kiste kaputt okay was ist denn mit den gegnern die hinter uns waren oh 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 da kommt einer ohne Filz wow nice den hab ich top ist auch weg soo soo oh soo oh da kommt schon der erste ja drauf drauf hinter uns das ähm nö oder irgendwas hat doch geschossen oder was nö oh doch da ist noch einer der pump gun okay es ist auf jeden fall einfacher als vorher definitiv ja aber das sah vorher sah das doch ganz anders aus ja das war ein anderes level irgendwie kann das ja dass die level äh hast du schon ein paar mal dasselbe level gespielt äh zweimal glaub ich jetzt ähm war das dann immer dasselbe level äh ja eigentlich ja dann war das eben dann war das letzte mal nur anders wegen der spezial mission wahrscheinlich wahrscheinlich ja guck mal was hier unten ist oder ich ich bin immer voll heiß auf die special featured ah das sind hier die kammern wo vorher diese komischen bohrer standen weißt du noch oh da steht ja einer hab ich da auch gerade sah ich bin fast an dem vorbeigelaufen ja stimmt hier standen vorher diese maschinen ist das das level das erinnert mich ziemlich stark ja siehst du hier ist schon wieder ein ähm ne die gehen aber alle die das ausrufezeichen sagt nach oben ja da wo wir herkommen quasi das mache ich hier nochmal einen coolen special move sehr sehr cool das muss ich doch irgendwie ins spiel einbringen hier hier wird auf mich geschossen da kommt der andere mit dem schild ja ich sehe es man kann denen auf jeden Fall auch Headhubs geben mhm jo haben wir haben wir ach das ist gar kein Schild ich Idiot oh 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 da reicht es noch einer ich bin grad ich weiß gar nicht was grad die Mission ist müssen wir das kaputt machen oder äh ich hab auch nicht so wirklich gelesen ich meine man muss zerstören ja oh Shotgun sch resposta undelazier muah oh 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 noch weiter oh oh noch ein Schild Pass auf! Hab ich! Oh, guck mal, die Hälfte von dem hängt so komisch in der Luft. Das sieht ziemlich verbuggt aus. Aber ab geht es. Ist auch noch was? Ne, ne? Nö. Oh, ja, genau. Also ich höre ja noch welche. Einer da oben wahrscheinlich. Ja. Nö. Ah, klingt... Ah, er hat nicht hier. Den hätten wir sogar noch lautlos killen können. Ich habe das Gefühl, man kommt ja auch sehr gut durch ohne lautlos zu bleiben. Ja, doch. Äh, 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 ich verliere den Überblick. Oh, hinter uns. Da oben, ne? Lauf ja mal dran vorbei. Sehr nice. So, der ist auch tot. Der hat was krasses fallen lassen. Das, ähm... Hast du auch bekommen? Ja. Oh, das ist extra Gesundheit. Wenn du oben rechts jetzt auf deine Gesundheit schaust, dann hast du mehr als 100. Oh, ja, ja. So, hier ist ein Aufzug. Hier ist auch noch ein Raum. Aber hier ist nix. Jetzt hilft denn das Ballgeräusch, dass ihr richtig hier nicht so unglaublich... Oh, hinter uns. Ich hätte irgendwas fallen lassen. Hm. So, der Aufzug ist so. Wir zielen hier direkt schon mal hoch, würde ich sagen. Das ist alles clear. So. Und hier soll es weiter gehen. Matt. Comozin. Echt? Ja. Ach. Asessionate the target, also wir müssen jemanden... ...bestimmtes... ...aus dem Weg schaffen. ...die Radieschen von unten zeigen. Oh, da ist ein Schildtübi, ich glaub den krieg ich mit meiner Special-Attacke Oh, ja, ziemlich eindeutig Oh, 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 da geht schon los Nachland Schade Da hinten ist ein kaputter Ventilator Ja, ja Darauf achten wir mal Boah Voll laut Jetzt kann er wieder mal Hier rechts sind auch noch welche, oder einer? Ne, mehrere Was schießt denn da so übel? Das ist ein Bug Hörst du das? Ah, es ist vorbei Ne, hab nichts gehört Der hat gerade irgendwas richtig übel geschossen, aber Da oben rechts Jo Oh, oh, ist gleich was runtergefallen Äh Hm, was soll ich sagen? Von links, von links ist hier noch Der Cursor Haben wir ihn Und Hier ist noch ein Aufzug Äh, was ist hier rechts? Ich geh mal kurz hier rechts abschicken, mich kommt einfach wieder Hier ist Hier ist Generäriere Schiffe Warte Was aktiviert das? Ah, okay 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 Die Türen müssen jetzt wieder auf sein Wo müssen wir hin? Wir müssen da runter, glaube ich, ne? Da müssen wir den Aufzug... Ja, genau Das ist ja der Hammer Ja, wenn du den Aufzug runterfällst, wird er auch nach oben, ne? Ja 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 Ich muss sagen, du bist sehr in Mode Was war eigentlich mit dem einen kaputten Arm, an dem sind wir noch mal vorbeigelaufen, ne? An, an, an was? An dem einen kaputten Ventilator Äh, ja, sind wir vorbeigelaufen Okay Okay Puh Keine Ahnung, wo wir jetzt sind Ich klapp mal hier links lang Okay, hier ist noch ein kaputter Ventilator in der Decke Aber wie kommt man... Doch, das kriegen wir hin, oder? Warte mal Ja, einfach hochlaufen Ich bin oben Da Da hinten, ist noch ein kaputter Ich spring mal hier nochmal Oh, okay Da hätte ich jetzt vielleicht nicht direkt alles kaputt Ich häng grad in deiner Grafik fest Was jetzt so scheiße ist Lebst du noch? Jo Oh, 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 oh Ich muss nachladen So Hier hinten Ding war in der Sackgasse Oh, da ist noch einer, oben Korrektur, da war einer Ohhhh! Ich habe ja mal Ultra gesnackt. Ich würde mir mal ein Schwert versprechen. Haben wir jetzt aber. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ganz viele. Oh fuck, fuck, fuck. Da oben ist auch noch einer. Da habe ich keine Monition mehr von meinem Ammonition. Ich bin... Oh, ich fliege am Boden. Scheiße. Hab dich. Da. Danke. Puh, ich glaube, da waren wir noch ein bisschen zu voreilig. Wo, 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 wo? Von wo schießt er? Hier unten, hier unten. Von oben, von oben. Von oben hinter uns. Von oben. Ich habe ihn. Da. Da ist nur noch 32 Schuss. Ähm, ich glaube, wir müssen da lang. Alter, was ist denn das? Ich geh mal hier hoch. Ich glaube, da oben. Da ist ein... Ja. Jawoll. Mmh, lecker, lecker, lecker. Metzeltes. Ich glaube, hier liegt richtig viel Munition, oder? Kannst du die auch aufnehmen? Du betrug hier, du... Nee. Das ist Schrott und Scharfschützengewehr. Was? Kann man das aufheben, was? Wie Scharfschützengewehr? Oder? Was war das? Was stand da? Scharfschützen, Munition voll. Ah. Okay. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ich glaube... Oh, nee, das Ausrufzeichen zeigt hier. Nee, nee, nee. Jetzt zeigt es wieder zurück, ja. Aber da sind aber... Oh, oh, oh. Sind das hier neue Gegner, oder was? Nee, noch. Doch, da ist einer. Erleb' noch! Hier müssen wir... Hier müssen wir... Erleb' noch? Wackel zumindest... Ah, nee, was ist einfach nur verblüht. Den habe ich doch in... Hm. So, ich glaube, hier... Hier längst. Ach, da die Treppe, meinst du? Ja, okay. Hm, genau. Was sollen wir ihn nicht? Puh, keine Ahnung. Underblabla, blablabla sollen wir ihn nicht. Aber wir müssen mal schätzen, dass wir hier durch müssen. Gut. Irgendein Assault-Team ist auf dem Weg zu uns. Hm. Da links kommen sie schon, scheiße. Ja, ich seh's. Die Leute haben uns noch nicht gesehen. Oh, ich soll hier irgendwas. Hm. Hm, ich geb dir Deckung. Aber noch kommt keiner. Ich hab's geschafft. Vielleicht können wir hier rechts lang gehen, da müssen wir nicht unbedingt mit denen kämpfen. Ich hab fast keine Munition mehr. Also ich hab auch 200 Schuss Munition für Pistole, aber für... Aber ich glaub, da geht's nicht weiter, wo wir jetzt hingehen. Doch, da ist ne... Oh, ne, ist ne rote Tür, scheiße. Ne, klar, die Gegner sind nur da, wo man nicht vorbei muss. Oh, shit, jetzt sind sie da oben. Okay. Oh, ich komme noch hier. Oh, ich bin hier. Rechts. Ja, hier durch die rechten Tür, da sind mega viele. Boah! Bei mir ist alles rot, ich muss schnell mal in Deckung. Lauf hinter dir! Lauf in Deckung! Das sind richtig viele. Raus, 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 raus. Komm hier hinten hin. Oh, ich lieg am Boden. Lauf in Deckung! Meine Fresse! Zum zweiten Mal jetzt in dieser Runde. Das ist aber auch übel. Gut, Lord of Clem! Ich bin auf der rechten Seite, habe ich sie. Die linke Seite auch. Gut. Oh, hier ist noch einer. Excalibur wird sich gut an meiner Wand machen, sagt der Obermacker. Welcher Obermacker? Ja. Aha. So. Bist du bereit? Jo. Hier gibt es neue Ausrüstung, wie es aussieht. Ja. Hier ist noch mal Zeit. Kann ich schon nachladen? Jemand schon wieder? Ja. 20 Schuss. Das heißt gar nichts. Boah, das ist eine riesen... Was ist das? Oh, wir haben einen Endgegner anscheinend. Captain War. Wo ist er denn? Da hinten. Oh, der kann sich nicht reportieren. Fuck. Oh shit. Die Frage, ob der auch auf meinen... Auf meinen... Oh man. Ja, der fällt auch auf mein Hologramm ran. Ich muss kurz Entdeckung nachladen. Wieso kann ich... Oh, da ist noch einer. Mit'n Schild. Oh. Ist da alles. So, Schildtipp ist down. So, wo ist der andere? Oh, Alter, der hat mega Leben. Oder... Ah, der... Der Spot auch immer wieder neu. Fuck. Keine Munition mehr. Ich hab noch. Oh, da tode ich mir jetzt. Nein! Fuck, 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 fuck. Nein, ich bin da. Wie heile ich dich? E. Nein, ich bin da. 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 Was ist das für ein Endgegner, Alter? Ich glaube, er hat irgendwelche Bälle geworfen. Oh, ich merke es schon. Jetzt bin ich am Boden. Scheiße, oh, Alter, zieht der ab? Was ist denn das? Fuck. Ich muss mich mal kurz regenerieren, weil ich bin auf dem Weg. Wieso kann ich nicht? Hä? Wieso kann ich dich nicht heilen? Wiederbelebung, ich habe noch vier Wiederbelebungen. Fuck, 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 fuck. Ich habe auch keine Munition mehr. Was greift mich denn hier an? Ich bin wieder am Boden. Fuck. Ja, das sind so eine komischen Sachen da auf dem Boden. Fuck. Übel. Was? Hau bloß ab da. Ich kann mich nicht bewegen. Mist. Hat auch, jetzt kriege ich dich durch die Gegend. Oh, was? Ist doch nicht dein Ernst. Noch mal wieder beleben. Ich bin jetzt, ich gehe jetzt in Deckung, Alter. Oh, hier sind wir. Nein, nein, nein. Komm doch bloß weg. Ja, ich lebe noch. Oh, ich habe keine Munition. Das ist zum Kotzen. Ich habe wieder Munition, aber da ist auch nicht so viel. Der ist übel. Ich habe den jetzt hier erst vollen Vertreff. Ich glaube, wir müssen hier von der Entfernung kämpfen, beziehungsweise. Oh, fuck, 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 fuck. Gleich hat er mich. Oh, was sind das für krasse Bandly, die da wirkt. Oh, ich habe keine Ahnung. Das ist mega fies. Oh, 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 oh. Komm doch bloß weg, komm doch bloß weg. Komm doch hier rein. Oh, fuck, shit. Vielleicht bin ich da. Nein, 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 nein. Wo bin ich jetzt runtergefallen? Oh, Alter, das gibt es noch nicht. Ich glaube, es gibt bestimmt irgendein Special Trick, womit man den besiegen kann. Und wir kennen ihn einfach nicht. Ah, jetzt sind hier schon wieder seine Gegner... Oh, ich bin down. Wo liegst du? In der Mitte, da. Beim Eis. Ähm. Keine Ahnung. Ah, ich seh dich, ich seh dich. Ich muss ja schnell da hoch. Hier sind auch noch ein paar paar Handlanger. Aber ich kann mich wieder beleben. Okay, hab mich wieder belebt. So, wo ist der... Da ist er. Der hat Langer sind tot. Ich fall schon wieder hier runter, ich fass es nicht. Zum wievielten mal... Boah, leck mich doch mit deinen Bällen da. Was ist mit lustig hier? Mit einfachem levelenden Junge. Diese scheiß Bälle, Mann. Mega anstrengend. Jetzt kommen von hinten auch noch seine blöden Gehilfen. Die ganze... Boah, nervt doch nicht. Meine Presse... Ah, fuck, 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 fuck. Bist du down? Nee. Nee, 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 nee. Oh, ist das nervig. Shit, bin runtergefahren. Was ist denn so eine Lebensanzeige, sag mal? Was ist denn so eine Lebensanzeige, sag mal? Was ist denn so eine Lebensanzeige? Kein Dunst. Ich hab noch neun Schuss, dann müssen wir gleich auf Nahkampf gehen. Es geht auch noch um einenарifischen Schuss. Der hat ja auch noch ein mega Schilchen an dem Start. Ich lieg am Boden, ich fass es nicht, aber ich krieg sie weg. Ich krieg's grad zu ihm. Warte, warte, warte. Oh nein. Ich krieg hier um die Ecke. Jetzt müsstest du mich wiederbeleben können um die Ecke rum. Oh, ich kann nicht. Warum nicht? Oh shit. Was soll man wiederbeleben, dann ist vorbei. Wir cheaten hier quasi durch die Gegend, ey. Jetzt hab ich zu mir wieder Munition, aber ich blick nicht wie viel der aushält. Ja, ich auch nicht. Blende ihm sein Schild sich immer wieder auf oder aus? Also er hält schon viel runter. Woran siehst du das? Ja, ja. 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 Fuck. Aber jetzt hat er seine Bälle da wieder hingeworfen. Pass auf. Okay. Er steht jetzt da links. Oh fuck. Ähm. Was machen wir? Wir brauchen einen Plan auf jeden Fall. Irgendwie, ich check nicht wie man den tönten soll. Geht schon jetzt. Irgendwie eine Hilfestellung oder so. Keine Ahnung. Ja, irgendwie stürmt er nicht. Das ist unsachbar. Aber der hat ein mächtiges Schild am Start und mega viel Gesundheit. Ja. Du hast grad dein Torlos unterträgen. Ja. Irgendwie kann es anders sein, dass er mit mir kommuniziert oder was? Ja, ja. Das krieg ich ja auch. Kann man sich hier irgendwo was holen? Ich guck mal da hinten auf dieser Plattform. Was weiß ich meinen? Vielleicht kann man hier irgendwen was gegen dich verbringen. Oh, warte. Ich hab ihn gleich. Gleich ist er down. Hast du? Woher weißt du das? Oben, oben, oben. Wenn du ihn angreifst, erscheint so eine Leiste. Da siehst du sein Leben. Ah lol. Ist er tot? Fast. Ja, aber fast. 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 Ich gehe auf den Nahkampf. Oh nein, nein, nein. Ja, wir haben ihn. Oh yeah. Oh mein Gott. Was für eine Scheiße. Alter Schwede. Junge, der hat ja mal ultra viel ausgehalten. Unglaublich. So. Hoch. Alter Schwede. Ja, wir müssen manchmal ein bisschen auf unsere Deckung achten, dass wir uns gegenseitig wiederbeleben können irgendwo. Ja. Aber es ist krass, dass das nicht mehr ging bei dir. Ne, wir müssen in die andere Richtung weiter. Ja, das war mega cool. Aber mit dem Security System hier, warte. Overhaul successful. Let's get going. Oh, pass auf. Oh fuck, hier sind schon wieder so viele. Aber die kriegen wir auch noch down. 100 pro. Keine Munition mehr. Ich auch nicht. So. Ähm. Links. Das war jetzt einfach der Endgegner von dem Level, würde ich mal sagen. Von dem Mercur System. Ja, auf jeden Fall. Also wenn er das nicht war, dann weiß ich auch nicht. Eine Kiste. Oh, war ausrennen. Hinter uns. Ich bin am Boden, Alter. Ich fass es nicht. Von wo schießen die? Hä, wieso? Warte doch jetzt. Wie oft ich jetzt schon am Boden war. Die haben wir einfach immer so mega... ... So... Weiter 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 weiter... Oh, pass auf. Oh, pass auf! Pass auf, die habe ich! Wow, sehr, sehr nice. Ähm, hier, glaube ich. In den Lüftungsschacht rein, ja. Uh, und dann? Und dann sind hier welche. Toh, jetzt krieg ich wieder Munition ohne Ende, weißt du? Ja, jetzt ist zu spät, halt. So, ähm, rechts. Oh, shit. Boah, der hat mich voll weggerammt, aber ich werde noch. A двухinsonneria! ... ... ... ... ... ... Boah, da kommen noch mehr. Von Link-Feed ist auch einer. Fuck. Ich bin on. Ah, ich lieb schon wieder. Shit. Aber ich bin gestorben, instant. Ich kann mich aber wiederbeleben. Meine Fresse hat mich aber wiederbeleben. Kannst du mich wiederbeleben hier bitte? Ich wäre dir sehr verbochen. Wenn ich überlebe. Wenn ich überlebe. Wenn ich überlebe. Oh, oh, oh. Jo. Alles klar. Ich bin ja rein hier. Oh, jetzt. Ich bin ja rein. Oh, oh. Oh, oh. 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 Muss ich mich überwundern? Ja Boah Fuck, Schroftfinde Oh shit, man Der ist doch alle hoch So, fänden wir uns doch schon wieder... Oh, ey Es gibt es nicht! Schild Oh, 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 ja, und siehst du mit einer drin? Warte, ich hab Special Hab sie Ich weiß nicht, wie viel Zeug hier rumliegt Run out Wettet er mit dem Kessel? Hinter dir denn mit dem Kessel? Jo Oh, Mann! Alter, die werfen Granaten! Was? Ich hab grad ne Granate ab. Ja, die haben eigentlich die werfen die Granaten hin. So, ähm, runter. Meine Fresse! Oh, 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 ich bin nicht zu tief! Also, ich bin ganz unten und glaub, wir müssen hier lang. Ähm... Ja, du musst einfach ganz runter springen. Ja? Achso, ich seh dich. Schild... Hm... Check mal hier. Naps... Ich werde hier durch. Wurste! Ich... Wurste! Wurde... Alter, das gibt's doch nicht! Puh... Nein, bitte Oh man Zum 50.000. Mal Aber angeblich haben wir Hier oben ist noch Aber ich weiß nicht, ich glaube das ist nicht das Richtige Ich komme ja gerade auch nicht hoch Ich bin oben Hier ist eine Kiste Sonst ist hier nix, nur eine Kiste Ah lol, siehst du wo ich bin? Ja Wir haben es geschafft Oh Gott sei Dank Wie kommt man da rüber? Was? Wie kommt man da rüber? Oh Ah, mit dem Seil, mit dem Seil, genau Okay Hä? Wie kann ich denn loslassen? Sprengen? Ah lol Ich rutsche hier hin und her Oh man Um Gottes Willen, zum Glück Das war echt ne Odyssee Jetzt habe ich Kopfschmerzen Meine Fresse In dieser Endgegner Wie viel der eingesteckt hat Ich meine Das war mega heftig Wir sind ja mittlerweile einfach verwöhnt von einfachen Endgegnern Aber das war echt Na wir hatten ja noch nie mal bisher einen Endgegner Ne, der ist einfach so knallhart haben die uns alle auf den Tisch gesetzt und der ist einfach so mega gut Aber guck mal wie oft ich umgefallen bin und trotzdem hast du mehr Schaden erlitten als ich Das ist voll seltsam Insgesamt getötet hat der Gegner 108 Du bist ja natürlich wieder besser als ich wie immer Kopftreffer Ich mache auch irgendwie nie Kopftreffer Nahkampf getötet einer Tore 4 Ach du scheiße Upgrades erhalten Und du bist natürlich wieder 1% kinder und besser als ich In der Siegengauigkeit war so klar Na ja Jetzt kann ich auch Apollodorus spielen Sehr schön Aber ich würde sagen Das machen wir dann in der nächsten Folge Jo Das ist erstmal Schluss für heute hier Immer schön unten auf die Links klicken Arma 3 müsste unten sein und Daisy Und viel Spaß bei den weiteren Displays von mir Und hoffentlich bis zur nächsten Folge Bis demnächst Tschüss.